Ich habe Latein in der Schule gelernt, ganz brav, aber ich konnte nicht Italienisch. Heute bin ich frech genug, heute meine Kids sagen immer, Mama, das geht ja gar nicht. Weil ich, wenn man irgendwo ist, in Italien oder sowas, ich spreche einfach die paar Brocken Latein, also was ich mir nur so gemerkt habe, und hänge überall an jedes Wort so ein A hin. Die Kinder sagen, Mama, du bist so mega peinlich. Aber irgendwie verstehen mich die dann, die lachen und verstehen mich.